Herzlich Willkommen zurück zu Let's PlaymEinCraft. Zu einem Let's PlaymEinCraft, das ich glaube gar nicht starten will, weil es jetzt schon hängt. Achja, wir haben ja hier unsere Mähne. Ungewollter Weise. Und da bekommt mich gleich der Wunsch, das Minecraft gleich wieder zu schließen. Oder natürlich eine neue Welt anzufangen. Aber wenn ich das schon mache, dann lachen wir mich auch noch aus. Es gibt weit Schlimmeres. So, dementsprechend möchte ich dann, glaube ich, hier eine Windeltreppe anfertigen. Weil ich werde das hier nicht irgendwie einbauen oder so. Das fällt aus. Nur mal so. Ja, dementsprechend würde ich gleich sagen, weiter geht's im Programm. Sobald sich Minecraft dazu entschlossen hat, mir hörig zu sein. Schwafel, schwafel, schwafel. Ne? Man braucht immer Minen. Aber nicht, wenn ich gerade irgendwelche Räume bauen will. Dann kriege ich's immer. Und... Ähm... Okay. Also, wir können die Minen noch erkunden, wenn ihr das wollt. Wir werden die erkunden. Meinetwegen auch mit Monstern. Obwohl mir das widerstrebt. Aber ich brauch Knochen. Ich brauch alles. Ich brauch Pfeilbogen, whatever. Und... Und... Ja, ich weiß, man kann Pfeilbogen selber herstellen. Aber das ist... Ja. Dazu fehlen mir halt irgendwie noch die Zutaten. So. Hier machen wir wieder zu. Machen wir einen Durchgang zur Mine. Das ist okay. Damit hier kein Zombie auftaucht. Ne. Ich hab auch friedlich. Immer noch. Tut mir wirklich, wirklich herzlich leicht. Aber wenn ich baue, hab ich wirklich keine... Brauch ich keine Zombies. Ehrlich nicht. Das muss nicht sein. So. Jetzt haben wir einmal Wendel gemacht. Ein... Also... Kaum. Es ist eigentlich nicht viel Wendel. Es ist eher Treppe. Aber... Naja. Egal. So. Wenn wir jetzt hier ein Durchs... Und hier die... Brauchen wir eine Tür. Ich glaube, wir brauchen hier keine Tür. Dann... Ja. Ich will mich jetzt mit Deutsch mit Stufen. Ich hab mit Treppen in Minecraft so gut wie keine Erfahrung. Da könnt ihr euch auf was gefasst machen. Äh... Wer mich kennt, wird jetzt schon Freude schreier. Ausstoßen. Oder Hilfeschrei. Wie man das nennt. Und... Ja. Dementsprechend wird das Ergebnis ausfallen. Oder halt eben auch auffallen. Ähm. Sekunde. Ich hab jetzt irgendwas falsch gemacht hier. Mal wieder. Das wär ja ne Neuheit... Das wär ja ne Neuheit gewesen, wollte ich sagen. Äh. Alles klappt wie am Schnürchen. Oder halt eben auch gar nichts. Pfff. Treppen bauen? Ähm. Häuser bauen? Ähm. Was kann ich eigentlich überhaupt? Ich kann Pflanzen anbauen. Das mach ich schon seit Ewigkeiten. In Minecraft immer wieder. Ja. Und äh. Meine Felder auf anderen Servern sind legendär. Pfff. Aber Häuser... Ähm. Pfff. So. Mal hier Holz und mal mal Steintreppen. Ach komm, wir machen Steintreppen. Hab ich Steintreppen? Ne, hab ich nicht. Aber ich hab Steine. Haha. Damit komm ich schon mal weiter. Ich hab gemerkt, die Druckplatten hier sind eigentlich unnötig. Die machen nur unnötig klapp, klapp, klapp und ich komm nicht durch. Ja. Eigentlich... Wie sind sie hier? Brauch ich die... Oh. Entschuldigung. Brauch ich die eigentlich nicht hier, weil wenn ich hier durchgehe... Passt das eigentlich, wenn ich hier durchgehe? Passt das auch. Dementsprechend geh ich da ja wieder durch. Und klapp. Klappt alles wie am Schnürchen. Ähm. Schlafen. Mit Stein. Ich mein, wer braucht die Teddybären, ne? Kann man auch mit Stein kuscheln. Ist... Man hat zwar am nächsten Tag ein paar blaue Flecke, aber die Träume müssen genial sein. Wenn man auch voraus steht. So. Da hab ich Kloster drin. Hier hab ich ne Menge Steine. Okay. Sechs mal Stein wär doch eigentlich ganz angebracht, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann kannst du den Niederstein hier haben. Und die Wolle. Und das Eisen. Und das Niederquarz. Und dann wende ich mich mal hier zu... Dem hinzu ich glaube, so viele Treppen werden wir nie im Leben brauchen. Dementsprechend werde ich dann wohl doch nicht ganz so viel nehmen. Da reicht dann glaubt das hier. Und das ist auch noch eine ganze Menge. Naja. Mal sehen. Wir können ja mehrere Zimmer machen. Die Treppe da auch noch. Müsste auch noch klappen. Moment. Ich muss mal hier kurz das Zuckerrohr weiterpflanzen. Fortpflanzen sozusagen. Und pflanze, schaut. Kürbisse sind hier alle gepflanzt, ne? Scheiße. Wir haben ordentlich Weizen. Das ist gut. Und dann kann ich jetzt hier mal anfangen mit meinen Treppen. Ja, schön. Äh, aber es kli- kli- kli. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. Und dann geht's hier runter. Treppe runter. Ich finde, es fehlt bei Minecraft noch ein Geländer. Geländer, das man auf die Treppe stellen kann. Und das dann nicht aussieht, wie wenn man einen Zaun auf die Treppe stellt. Äh, auf die Treppe. Ja. Ich denke, man hat alles verstanden. Äh, okay. Jetzt verstehe ich das mal. Egal. Kein Plan von irgendwas. Aber alles besser lassen können. Meine Vögel sind voll schön stehen. Ach, das ist so wohltat. Okay. Hier geht's dann wieder hoch. Ja, großartige Erleuchtung. Und hier mache ich jetzt hier irgendwie eine Tür rein. Ich weiß nur noch nicht ganz wie und wo und überhaupt. Das sollte eins unserer kleinsten Sorgen sein. Eine unserer kleinsten Sorgen. Entschuldigung, mein schlechtes Deutsch. So. Das ist für eigene Mine. Oh, ist eine gute Mine. Okay, da können wir uns dann noch später mit rumprügeln. Ich denke, das wird gar nicht so einfach werden. Oh. Tür rein oder nicht? Das ist mir momentan ziemlich schnurz. Ich bin jetzt hier mit meiner Treppe beschäftigt. Das ist mir ziemlich, da ist mir der Rest alles egal. Ist mir alles egal, wenn es um Treppen geht. Eigentlich nicht, aber egal. So. Das Treppenhaus an sich sollte man natürlich auch noch rausstatten. Ich frage mich nur, mit was? Mit Pflasterstein oder mit... Normale Steinstufen gibt's nicht. Selbst wenn wär's jetzt zu spät. Aber egal. Wir könnten hier noch den Glowstone weiterführen. Wär ganz lustig, glaub ich. Oder halt eben auch. So. So einfach ist es ja nie. Also machen wir hier auch noch Stein dran. Stein dran. Hops. 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 Eigentlich nicht hops hops, aber egal. Hopp hopp hopp. Irgendwie ist die Decke hier sehr hoch. Egal. Besser hoch als zu niedrig. Egal. Besser hoch als zu niedrig. Okay. Ich weiß auch nicht woran das liegt. Ich hab so das Gefühl, ich bin wieder viel zu leise, weil die Musik so leise ist. Und weil nichts Spannendes passiert. Das ist das große Problem in diesem Let's Play. Aber Minecraft ist ja kein Shooter-Spiel. Wenn ihr einen Shooter sehen wollt, dann guckt euch Shooter an. Also in diesem Sinne bauen, wie man Minecraft tun sollte. Wie man es in Minecraft tun sollte. Vollständige Sätze, verdammt. Hm. Viel Guter. Ich weiß nicht, wie tiefer runter gehen wollen. Je tiefer runter gehen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir irgendwann mal auf Smaragde oder Diamanten stoßen. Smaragde sind da auch nicht. Sehr selten. Das wusste ich gar nicht. Aber das hab ich jetzt vor kurzem erfahren. Ah, ich guck alles nach. Alles. Krass. Alles. Erstmal hier die Erde ausfüllen. Also das, was vorher Erde war. Erstmal ausfüllen. Und dann kann man den Rest auch noch machen. Das ist gar kein Problem. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit und Geduld mitgebracht. Weil sonst werdet ihr dieses Let's Play wohl nicht weiter überleben. Sollten wir hier alles mit... Nein, ich hab keinen Bock das jetzt alles hier mit Fastersteine auszubauen. Ich mach das jetzt nur hier so und dann ist gut. Ja. Das Treppenhaushalt, ne? Das fängt hier an und dann ist Schluss. Wenn ihr das hier drinnen auch wollt, dann müsst ihr Bescheid sagen. Aber ich hab das nicht so ganz vor. Das muss nicht sein. Ich könnt drauf verzichten. Wollte ich damit mal sagen. Wenn ich was vergesse, tut's mir leid. So viel, was ich ausfüllen muss. Ausfüllen, nicht ausfüllen. Oh man. Wo ist mein Deutsch abgeblieben? Kauf dir mal ne Tiete Deutsch. Mir hat's auch gehilft. Ähm. Ja. Oh, hier liegt doch Stein. Ich brauch Stein, 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 Stein. Ach, das zieht ja schon mal ganz einladen aus. Kommt natürlich auf die Perspektive an. Kommt, ich hab einstellen. Kommt, ich hab einstellen. немmerich. Kommt, ich weiß es. Kommt, ich weiß es. Bis zum nächsten Mal.